Leute, es ist soweit. Hey, dir startet ein Dekorationswettbewerb. Ein Dekorationswettbewerb mit dem Thema Strand-Tiki. Also das ist das Thema von dem Wettbewerb. Das heißt, ihr müsst eine Strand-Farm oder Strand-Bereiche bauen mit Tiki-Bereichen. Also die schönste Strand-Farm bzw. Tiki-Farm wird gesucht. Starten tut das Ganze am 21. Juli. Solltet ihr keine Zeit haben, kein Problem, dann startet noch ein zweiter Contest im August. Beide Contests gehen eine Woche, das heißt 21. Juli bis zum 28. Juli. Wie ihr mitmachen könnt und so weiter, erfahrt ihr in einem späteren Video bzw. auch auf dem offiziellen Heyday-Kanäle. Aber ich werde das auch noch hier promoten und werde da auch mitmachen. Das heißt, wir können zusammen eine Strand-Farm bauen und so den ersten Platz holen. Schaffen wir es? Ja oder nein? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Folgende Preise könnt ihr dabei gewinnen. Der erste Platz bekommt ein Huhn-Kuscheltier. Der zweite Platz bekommt einen Farm-Pass und 130 Diamanten. Dritter und vierter Platz können sich aussuchen, ob sie einen Farm-Pass möchten oder 130 Diamanten. Also richtig coole Sachen. Vielleicht gebe ich auch noch was drauf, wenn es einer von unserer Community ist, dann wahrscheinlich sogar noch mehr. Genau. Aber das so zur Info. Wie gesagt, weitere Infos folgen in den kommenden Videos. Aber bereitet eure Farms schon mal vor für ein Strand-Outfit, Tiki-Outfit. Es wird geil. Ab dem 21. Juli geht es nämlich rund. Dann könnt ihr hier richtig gute Preise absahnen. So viel dazu. Solltet ihr Fragen haben, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Stadt zählt auch. Also Farm und Stadt. Ihr müsst natürlich nicht die Stadt machen. Das, was ihr dekoriert, könnt ihr vorzeigen. Ihr müsst nicht komplett das, was ihr für wichtig haltet, könnt ihr machen. Das, was ihr nicht für wichtig haltet, könnt ihr halt auch lassen. Genau. So. Das ist so viel dazu. Jetzt kommen wir zu Derby-Rückblick. Herzlich willkommen zu meinem Part von Heyday Derby-Rückblick. Wir blicken los, das war gerne in die Derby-Rückblick und gucken uns die Ergebnisse der einzelnen Gemeinschaften an. Genau. Derby-Rückblick. Hier dritte Gemeinschaft. Dritter Platz. 46.000 Punkte. Ja. Erster Platz hat 50.000. Also ein bisschen weiter hinten. Aber dritter Platz für die dritte Gemeinschaft ist gut. Einiges. Trophäe ist immer das Mindestziel. Kowuki 3,335. Enti 10 Punkte mehr. Alex 50 Punkte mehr. Annika auch 50 Punkte mehr. Mähfarm 25 Punkte mehr. Lena 5 Punkte mehr. Anni 3,520 genauso wie Liam. Hannes 3,6 genauso wie Karol. Kevin 3,895. Manu on the way to glory 3,925 genauso wie ich und Sanyo. Gutes Ergebnis. Blüten-Derby war ja am Start. Deswegen nicht alle die gleichen Punktzahlen. Die Aufgaben steigen ja mit der Abschließbarkeit. Also sobald man die Aufgaben abschließt, steigen die ja mit den Punkten. Genau. Dritter Platz. Sehr gutes Derby. Bin zufrieden. Genau. Spendliste. Wer ist Spendenkönig oder Spendenkönigin der Woche von der dritten Gemeinschaft? Wer hat hier die Krone erhalten und gibt sie erstmal für eine Woche nicht wieder her? Wer ist es? Sieht sehr nach Anton aus. Ist es Anton? Anton. Glückwunsch und Spendenkönigin der Woche von der dritten. Die zweite hat hier einen soliden Start hingelegt. Erster Platz mit 35.600 Punkten. Nice. So muss das sein. Sehr gute Leistung hier von der zweiten. Einsergebnisse haben wir Mami Anni 3040, JM 32, Hackies 3,92, Alex.a 3340, Lena 3420, Michelle 20 Punkte mehr, Lolo Litalo, es wird besser, 3,5, Lucky 20 Punkte mehr. Dann haben wir Victors Biofam 3550 und Roland 3745. Sehr gute Leistung. Erster Platz. Richtig, richtig gut. Kommen wir zur Spendenliste von der zweiten Gemeinschaft. Bin leichter Tauscher geworden. Unglaublich. Wer ist Spendenkönig der Woche von der zweiten? Roland, glaube ich, hier mit riesen Abstand, ey, was er alles gespendet. Boah, SCR David, ganz knapp dahinter sogar. Hätte ich jetzt noch nicht mal vermutet. Ben ist der Erbetenkönig. Er hat hier ganze Scheune von anderen erbeten. Aber nee, Roland. Glückwunsch zum wiederholten Sieg vom Spendenkönig. Zweiter Platz mit der ersten. 34.450 Punkte. Max Derby genauso wie der erste Platz. Seid ihr ein bisschen langsamer gewesen. Aber dennoch zweiter Platz. Richtig gute Leistung. Bei den Einzigergebnissen sieht es so aus. Sanyo 3.450, Baxville 3.825, genauso wie Springfield. David 20 Punkte mehr, genauso wie Yvonne. Tobi 3.870, genauso wie Klondike. Und Snowy Svenja 3.920. Dann haben wir noch Marika am ersten. Oder ganz vorne dabei mit 4000 Punkten. Sehr gute Leistung. Zweiter Platz. Schade, dass es nicht mehr für den ersten gereicht hat. Aber so ist es nun mal. Und mir ist gerade erst mal aufgefallen, dass ich gar keine Spendes nachgucken kann. Von dem ersten Platz. Deswegen switchen wir mal kurz die Farm. So, da haben wir es. Ich habe hier kurz das Gerät von Sanyo gemopst. Und jetzt sind wir hier am Start. Also wer ist Spendenkönig der Woche von der ersten Gemeinschaft? Hat wir hier Sanyo das Gerät gemopst. Und mal gucken hier, wer hier Spendenkönig der Woche von der ersten ist. Oh, ich hätte ein bisschen mehr rechnen. So, warte mal 7.3. Oh, 67. Scheiße. Wir haben ja voll viele 60er dabei. 71. Okay, Tobi ist vorne. Ich muss nochmal nach oben gehen. Oh Mann. Da war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Aber nicht schlimm. Okay, Tobi ist vorne. Mit 71. Mit 4. Gespendet. Na ja, Tobi. Glippenwurz und Spendenkönig der Woche von der ersten. Nice, nice, nice. Glücksrad haben wir nicht. Aber Tom war mal am Start. So muss es sein. Der kann auch nochmal rennen. Genau, das war es für den Part. Schreibt mir auch mal in die Kommentare zu dem Dekorationswetbewerb. Mir ist sehr interessiert, was ihr davon haltet. Und ob wir gemeinsam einen Preis gewinnen können. Ich habe zwar nicht so viele Stranddekorationen. Aber mal gucken, was wir so zaubern können. Irgendwas werden wir schon auf die Beine kriegen. Da bin ich mir sehr sicher. Genau. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Aber da würde mich sehr freuen. Denkt immer an den Creator-Code. Vor allem, wenn ihr euch jetzt die Stranddeko holt. Creator-Code. Danke an denen, dass ihr das macht. Echt eine gute Unterstützung. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Haut rein. Und ciao.